Achener Zeitung März 2003 Anna ist Ballettschon längst entwachsen. Es ist kurz vor 23 Uhr, als sie das Foyer des Hotels Corsten in Heinsberg betritt. Aus der Nähe ist sie noch zierlicher als auf der Bühne der Oberbrucher Festhalle, wo sie gerade in der Komödie Der Kreis mit den Theaterproduktionen EK aus Essen zu sehen war. Silvia Seidel, die als Anna in dem gleichnamigen Weihnachtsverteiler Mitte der 80er Jahre die Fernsehnation vor den Bildschirm lockte, wie es heute nur noch gewetten, dass oder Deutschland sucht den Superstar, gelingt. Aus der springlebendigen Ballettmaus von einst ist eine wunderschöne junge Frau geworden. Das Gesicht der mittlerweile 33-Jährigen, umspielt von leuchtend blondem Haar, ist fein geschnitten. Sie wirkt zart, aber nicht zerbrechlich, temperamentvoll, aber vorsichtig taxierend. HZ-Redakteur Rainer Herwarz traf sich mit der sympathischen Münchnerin auf ein Glas Wein. In der Komödie Der Kreis spielen sie eine vernachlässigte, romantische junge Frau, die schließlich ihrem Ehemann mit einem Liebhaber durchbrennt. Ist Romantik auch in ihrem Leben wichtig? Ich bin schon vom Grund heraus eher ein romantischer Typ, aber mit der Lebenserfahrung wird man in vielen Dingen ernüchtert, was natürlich auch ganz gesund ist. Geradezu katapultartig sind sie 1986 mit 17 Jahren durch den Vierteiler Anna mit Einschaltquoten von bis zu 12 Millionen Zuschauern in den Popularitätshimmel geflogen. Hatten Sie vor diesem Zeitpunkt schon Schauspielerfahrung? Ich war in der Ausbildung zur Tänzerin und hatte schon mal was mit Fernsehen gemacht. 1983 war ich Kompassin in der Unendlichen Geschichte und 1984 habe ich eine kleine Rolle gehabt mit ein paar Drehtagen bei Soko. Nur zum Spaß. Die Serie Anna hatte den Untertitel Ist sie für Beifall noch zu jung? Wie haben Sie selber diesen plötzlichen Ruhm und den Medienrummel um Ihre Person verkraftet? Ich war komischerweise immer ein sehr schüchternes Kind. Und wenn ein Mensch dann plötzlich so in der Öffentlichkeit steht und überall angeschaut wird. Man hält die Luft an, Augen zu und durch. Man ist auch sehr fröhlich und sehr naiv, weil alle einem sehr nett entgegenkommen und dann ziehen so die Jahre ins Land und man hat so seine Erlebnisse. Mit den Medien passierten auch unschöne Sachen. Das ist leider nicht so spaßig gewesen. Können Sie ein Beispiel nennen? Man verwendet sehr viel Zeit, um mit diesen Leuten zu reden. Man ist völlig ehrlich, macht alles, auch Dinge, die man nicht gerne machen möchte und dann wird so viel Negatives geschrieben oder Unwahrheiten. Viele, viele Jahre später habe ich eigentlich erst gemerkt, wie sehr mich das doch belastet hat. Es gibt ja Leute, die mögen das wahnsinnig gern, wenn sie im Rampenlicht stehen, aber ich habe mich in diesen Job verliebt und nicht in die Popularität. Als ich später Tourneen gemacht habe, hat keiner gesagt, Mensch, Hut ab, die lässt sich jetzt nicht gleich vermarkten und macht jeden Mist, sondern die macht das richtig, die lernt diesen Beruf jetzt, die geht auf die Bühne, die macht etwas anderes. Nein, sie haben dann geschrieben, Anna tingelt durch die Provinz vor halbleeren Häusern. Dabei waren die Häuser ausverkauft, es mussten Stühle dazu gestellt werden, Es war unglaublich. Und dafür habe ich mich noch während meiner knapp bemessenen Zeit auf Tournee nachts um zwölf, drei Stunden mit den Leuten hingesetzt und die Technik bei uns hat gewartet, bis ich mein Kostüm ausziehen konnte, weil sie noch Fotos machen wollten und all den Mist. Für sowas, dass die Popularität abgenommen hat, kommt mir sehr entgegen. Ich habe jetzt meine Ruhe und kann meinen Job machen. Wenn Sie die Castingshow Deutschland sucht den Superstar betrachten mit Kandidaten und Gewinnern, die alle in dem Alter sind, in dem sie damals waren, werden dann Erinnerungen an eigene Gefühle wach? Ich habe seit fünf Jahren kein Fernsehen. Auch wenn ich's hätte, guck ich sowas nicht an. Ich kenne das wirklich alles gar nicht, nur von Erzählungen durch meine Freunde, die dann immer sagen, Gott, mit dir kann man über nichts reden, du kennst das ja alles nicht, das gibt's doch nicht. Wieso haben Sie denn keinen Fernseher? Weil ich umgezogen bin vor sechs Jahren und mich so langsam einrichte. Und immer, wenn wieder Geld da ist für ein neues Möbel, dann kaufe ich ein neues Möbel. Und das letzte Möbel, was ich unbedingt brauche, ist der Fernseher, wo alle anderen sagen, das Erste, was ich brauche, ist der Fernseher. Ich bin nicht so süchtig danach. Sind denn überhaupt Parallelen zu den Supertars denkbar? Auch wenn ich's gesehen hätte, ich bin ein ganz anderer Mensch. Mir war nie an sowas gelegen. Mir geht's immer um die Sache, die ich tue und die Menschen, die mit mir zusammen etwas tun. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich will mit mir im Reinen sein und das, was ich tue, woraus mein Leben besteht, das soll mich glücklich machen. Das braucht eine Basis und auch Disziplin. Ihr Kollege Peter Fricke sagt in der Vorstellung den Satz, glücklich ist nicht, wer hat, was er will, sondern, wer will, was er hat. Können Sie sagen, dass Sie das wollen, was Sie jetzt erreicht haben, oder sehen Sie es nur als Zwischenstation zu einem anderen Ziel? Ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was ich habe. Ich bekomme auch sehr schöne Rollen. Ich war nie an einem festen Staats- oder Stadttheater engagiert. Ich wollte frei sein. Ich bin auch nicht so der Mensch, der sich präsentieren kann, der so auf Partys rumrennt und sich anbiedert. Ich habe meine Leute, mit denen ich arbeiten kann. Und immer mehr kommen dazu. Meinem Entwicklungsstand entsprechend sind auch eigentlich immer die richtigen Sachen passiert. Was reizt Sie denn am Tourneetheater? Es ist doch auch ein sehr aufreidender Job. Man muss es mögen. Gut, vielen Leuten bleibt auch keine Wahl. Es hat schon einen großen Teil damit zu tun, dass man als freischaffender Künstler nicht immer Jobs kriegt. Und wenn man was kriegt, dann macht man auch oft Sachen, mit denen man nicht so zufrieden ist. Ich habe immer wunderschöne Rollen gehabt. Ich mag aber auch das Zigeunerleben ganz gern. Man erlebt hübsche Dinge. Es gibt ganz, ganz viele ältere, tolle Schauspieler, die Turnien machen, die viele Filme und Fernsehen gemacht haben und die das gewiss nicht machen, weil sonst nichts kommt. Halten Sie sich auch heute noch fit durch Ballett? Nee, das ist schon ganz lange her. Auf Tournee ist das sowieso recht schwierig. Mal laufen gehen, Fahrrad fahren, schwimmen und so, zu Hause halt. Oder hier im Zimmer liege Stütze und was für den Bauch, solche Muskelgeschichten. Silvia Seidel soll ab und an ihre Freunde sogar mit eigenen Pralinenkreationen überraschen. Bei ihrer schlanken Figur kaum zu glauben. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Das erfordert viel Arbeit und Geduld, aber ich koche eh gern. Irgendwann habe ich mal ein Pralinenrezept gefunden und das ausgebaut, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Ich habe dann selber die Füllungen erfunden und war ganz furchtbar kreativ. Jetzt haben wir zum Abschluss den idealen Einstieg ins Thema Häuslichkeit und Familie. Ist da vielleicht etwas in Planung? Nein. Ich bin auch ein Mensch, der in Beziehungen für zwei Wohnungen ist. Man kann dann da und da mal sein zu zweit, aber wenn man sich trennt, dann hat man diesen ganzen Kram nicht. Bis man wirklich zusammenzieht, muss man sich das lange anschauen. Und Familie, ein Kind ist was Wunderbares, das kann man nicht, weil es gerade mal so eine Laune ist, so entscheiden. Und dann mit dem Beruf? Wenn Kind, dann Kind, aber nicht beides. Süddeutsche Zeitung 14 September 2003 Stars, die sich ihrem Ruhm verweigern. Vom Glück, nicht berühmt zu sein. Die Kellnerin bringt zwei kleine Flaschen stilles Wasser und bleibt etwas länger als nötig stehen neben dem Tisch, draußen vor dem Café beim Isator. Am Tisch sitzen eine Fotograhin, ein Mann mit einem Aufnahmegerät und eine zirlige blonde Frau. Die Kellnerin schaut von einem zum anderen. Wenn einer fotografiert und interviewt wird, ist es, als würde einer in der Fußgängerzone um ein Autogramm gebeten. Ein Vorgang, der ein Signal sendet an sämtliche Passanten, hier ist einer berühmt. Und der ein Rattespiel in Gang setzt, wer ist das? Die Fotograhin fotografiert. Die Kellnerin steht und hört dem Interview zu. Von irgendwo läutet ein Martenshorn. Die Kellnerin lauscht konzentrierter, während sich die Frau eine Zigarette anzündet, Gitanes Blondes. Und wenn sie jetzt genau hinsehen würde, könnte die Zigarettenschachtel den entscheidenden Hinweis geben, zur Auflösung des Rätsels. Wer ist das? Auf der Schachtel abgebildet ist die Silhouette einer Tänzerin. Silvia Seidel war blond und zirlig wie heute, als sie vor 16 Jahren eine Tänzerin spielte. Ein Ballettmädchen mit Namen Anna, Heldin des Weihnachtsmeerteilers im ZDF, gesendet zwischen den Jahren. Zwischen den Jahren, das war damals, 1987, eine noch langweiligere Zeit als heute. Die meisten Kneipen hatten geschlossen, man aß seinen bunten Teller leer, schaute im Fernsehen die Vierschanzentournee und die Weihnachtsserie. Mehr passierte nicht. Anna hatte 13 Millionen Zuschauer, pro Folge, und der Postbote brauchte bald einen Assistenten, um die Säcke voller Briefe zuzustellen, nicht an Silvia Seidel adressiert, sondern einfach an Anna. Oder es klebte ein Foto von Anna auf dem Umschlag, daneben stand, lieber Postbote, du weißt bestimmt, wo sie wohnt. Das kam alles an. Wann ist man berühmt? Wenn man Briefe kriegt, auf denen ein Bild, ausgeschnitten aus der Programmzeitschrift, die Adresse ersetzt. Wenn man zum Bäcker geht. Und jeder guckt und läuft dir hinterher, ganze Schulklassen laufen hinterher. Wenn man beim Italiener ist. Und jeder starrt dir die Spaghetti von der Gabel. Silvia Seidel sagt, erstaunlich ist, wie schnell das geht. Eigentlich war sie eher durch Zufall in diesen Film gerutscht. Sie hatte das Berühmtsein nicht gesucht. Es hatte sie gefunden. Ein Mensch von der Fernsehproduktion war eines Tages in ihre Ballettgruppe gekommen und hatte sie zum Casting eingeladen. Da war sie hingegangen, unsicher, nervös, aber dann bekam sie die Rolle, fand sich furchtbar, als sie die Aufnahmen sah, die Beine zu kurz, aber das Publikum fand die Beine genau richtig. Und die Kinder auf der Straße wollten sein wie Anna, dabei war Silvia Seidel gar nicht wie Anna. Das war den Kindern zu abstrakt. Die kamen und sagten, du bist doch die Anna. Da sagte ich, ich bin nicht die Anna, ich bin die Silvia. Ich konnte es nicht mehr hören, Anna, Anna. Da haben die Kinder traurig geguckt und Silvia Seidel tut es mittlerweile leid, dass sie damals so zickig gewesen ist. Warum rennen im Moment eigentlich alle in diese Castingshows im Fernsehen? Deutschland sucht den Superstar, Star Search, die deutsche Stimme 2003, Film Akademie, PopTars. Weil die Sendungen das beste Konzept haben, das es gibt, sagt Silvia Seidel, ein großes Versprechen, wir machen dich berühmt. Vielleicht geht es aber nicht um das Berühmtsein, vielleicht ist der Wunsch dahinter, und damit das Versprechen, viel größer. Wer berühmt ist, ist glücklich, das haben sie sich doch bestimmt gedacht. Zlatko, Alexander, Daniel Küpelböck und die anderen, die das Fernsehen zu Stars gemacht hat, ein paar Augenblicke lang. Glück hat nicht viel mit Ruhm zu tun, sagt der Kabarettist Emil Steinberger. Und Silvia Seidel, die eine Menge hat tun müssen dafür, nicht mehr so berühmt zu sein. Jedenfalls mehr als dafür, berühmt zu werden. Nur die Kellnerin ist immer noch unruhig. Einmal schaut sie von innen, aus dem Café, zum Tisch, aber da sieht sie die blonde Frau nur von hinten, das hilft ihr auch nicht weiter. Die Kunst, unberühmt zu werden. Silvia Seidel hat nicht mehr in Tanzfilmen mitgemacht, obwohl ihr viele angeboten worden sind. Hat kaum Interviews gegeben. Stattdessen den Beruf Schauspielerin richtig gelernt. Spielt auf kleinen Bühnen, Boulevardstücke, Theater vor der Stadt. Sie hat auf eine Menge Geld verzichtet, vor allem hat sie sich immun machen müssen gegen die Vorurteile der Öffentlichkeit. Also des Publikums und der Medienleute. Von Karriereknick reden dann manchmal die Leute. Karriereknick. Als wäre ein schweres Gewicht auf ihr Leben gefallen und hätte was verbogen. Dabei ist das eine Entwicklung. Etwas, das sie so gewollt hat. Aber das verstehen viele draußen nicht. Sie hat eine Menge Preise gewonnen in ihrer Anna-Zeit. Bambi, goldene Kamera. Alles Auszeichnungen. Die man kriegt, weil man Massen bewegt, weil man halt bekannt ist. Sie nennt sie Kommerzpreise. Im vergangenen Jahr ist sie, für eine Rolle in der Komödie Staatsaffirerin, für den Merkur Theaterpreis nominiert worden. Neben Schauspielern wie Rolf Beusen, Jens Harzer, Dagmar Manzel. Den Preis kennt die Masse nicht, aber sie war glücklicher darüber als damals über das Bambi, sagt sie. Obwohl sie am Ende nicht gewonnen hat. So ein berühmter Mensch kann verletzt werden von einem Einzelnen. So war es bei Sylvia Seidel. Ein Reporter, es ist elf Jahre her, hatte im Polizeibericht gelesen, eine Hannelore es habe sich umgebracht. Er fragte überall. Der Reporter, er witterte die Story seines Lebens. Und dann war es raus und stand in der Zeitung. Und am nächsten Tag wussten alle, dass diese Frau es, die Mutter von Sylvia Seidel war. Sylvia Seidel erzählt vom Tod ihrer Mutter. Sie hatte Depressionen, verzehrende Depressionen. Mit 18 schon hatte sie das erste Mal versucht, sich umzubringen. Als die Tochter, Anna, wurde, war die Mutter selten dabei. Und wenn die Tochter nach ihr gefragt wurde, hat sie gesagt, ach, die Mutter fliegt nicht gern. Ich wollte nicht, dass in der Boulevardpresse über eine Krankheit debattiert wird. Die da doch sowieso keiner versteht. Als die Mutter sich umgebracht hatte und die Zeitungen mit den Geschichten erschienen, da hat sie es gehasst, ihr berühmt sein. Jetzt war es nicht mehr nur nervend und freiheitsraubend. Jetzt drohte es sie zu vernichten. Die Geschichten folgten einem Muster. Da ist eine berühmte Schauspielerin, die alles Licht für sich hat. Und in ihrem Schatten geht ihre Mutter vor die Hunde. Die Medien hatten sie hochgepusht, das war gut für die Auflage. Jetzt sollte es so aussehen, als hätten sie und ihr Vater es sich gut gehen lassen, auf Kosten der Mutter. So lasen sich diese Geschichten, die erfunden waren, aber auch gut für die Auflage. Zeitungsleute klingelten an der Tür, drei Stunden. Obwohl die Rohläden runtergelassen waren und die Familie Seidel in der Wohnung am Boden koch. Der absurde Versuch, sich zu verstecken. Sie wird ziemlich laut, wenn sie von damals erzählt. Man möchte auf die Straße laufen und schreien. Das ist nicht wahr, bitte glaubt das nicht, was in der Zeitung steht. Das ist alles ganz anders gewesen. Und man ist so machtlos, so ohnmächtig machtlos, man kann nichts tun. Zur Trauerfeier am geheimen Ort fuhren sie in einem Wagen mit abgedunkelten Scheiben, den ein Freund der Familie steuerte. Sie und ihr Vater lagen im Wagen am Boden, unter Decken. Und der Freund musste dreimal bei Rot über die Ampel, um Reporter abzuhängen. Das Verhältnis zur Presse, sagt sie, ist kaputt seitdem. Aber es hat sich gleichzeitig geklärt. Ich habe keinen Respekt vor diesen Menschen. Ich habe keine Achtung mehr, gar nichts mehr. Die machen einen ganz widerlichen, billigen Job. Sie schaut jetzt vorher genau hin, mit wem sie redet. Und am liebsten sagt sie zu den Medienleuten gar nichts. Man denke an die gezeichneten Figuren des Autors und Illustrators Walter Mörs auf seinen Romancovern. Auf einem ist der Käpt'n Blaubeer. Auf einem anderen Romo, der Wolpertinger. Beide stehen auf einer Art Bühne. Aber der riesige Vorhang ist gefallen. Er fließt über den gesamten Buchdeckel. Und man sieht Romo und den Käpt'n ganz unten, am Buchrand. Wie sie sich halb in den Vorhangfalten verstecken. Auf der Bühne stehen, aber nicht gesehen werden. Irgendwie ein passendes Bild, auch für Silvia Seidel. Sie will ja auf die Bühne. Ich habe mich in meinen Beruf verliebt, aber nicht in das Drumherum. Sagt sie. Sie hat beschlossen, dass ihre Bühne kleiner sein soll. Viel kleiner als das Fernsehen. Jedenfalls das Fernsehen für die Massen. Silvia Seidel sagt, sie fühlt sich wohl auf kleinen Bühnen. Gerade lernt sie den Text für die romantische Komödie. Premiere ist im November in Aschheim. Kleine Bühne, Theaterliebhaber im Publikum, Lokalpresse. Bei einem anderen Stück saßen Zuschauer da, die kannten sie noch, als Anna. Die haben nachher gesagt, dass sie das sind. Wir haben gar nicht gewusst, was sie alles spielen können. Das ist ja toll. Das hat sie gefreut. Sie verabschiedet sich, ihre Wohnung ist ein paar Ecken weiter. Die Kellnerin rechnet zwei Mineralwasser und einen Milchkaffee ab. Beim Wechselgeld rausgeben bricht es fast aus ihr heraus. Muss man die kennen? Fragt sie. Also, sie haben doch immer übers Berühmtsein geredet. Sie hat gut zugehört. Das war Silvia Seidel. Sie ist Schauspielerin. Oh, Schauspielerin. Sagt die Kellnerin. Schaut nach draußen und für einen Moment sieht es so aus, als wolle sie sich auf ihren Abrechnungsblock ein Autogramm geben lassen. Aber da ist Silvia Seidel schon verschwunden. Sagt die Kellnerin Vielen Dank.